Ich stehe hier vor dem Zeltplatz des Dockville Festivals. Da haben wir gestern Nacht noch Georg, wie man ihn in Hamburg sagt, dagelassen. Denn wir haben zu wenig Betten in unserem Hotelzimmer gehabt. Wo er jetzt hier geblieben ist, weiß ich nicht. Ich versuche ihn zu finden. Ich habe ihn noch ein bisschen Frühstück mitgebracht. Kommt einfach mal mit, ne? So, ich habe den Georg gefunden und er beteiligt sich hier an der Kunst auf dem Dockville Festival. Wie ich sehe, ein wunderschönes Kunstgebilde, was unser Kollege hier gebaut hat. Georg! Oder Georg! Georgie! Wie ist es dir gegangen? Prima! Ich bin glücklich, ich bin nicht zu kreien. Ich schreie und bleibe slow. Warum müssen wir küsst mit den Lichtern? Wenn alles wird am Sonntag. Ich bin glücklich, ich bin nicht zu kreien. Ich schreie und bleibe slow. Geil, Alter! Oh, du hast eine Fahne. Das ist ja schrecklich. Ja, ich habe eine Fahne. Sie haben recht. Ich rieche nur ganz, ganz unangenehm, muffig. Jetzt geht es gleich duschen. Aber davor noch eine kleine Schlammschlacht. Viel Spaß! Ja. Ich gehe jetzt mal. Tschüss! Bis gleich! Ich fühl mich super! Ich verabschiede mich jetzt in die warme, heiße, entspannende Dusche. Es wird ein Traum. Ich werde mich wohlfühlen und frisch weiter ans Werk in den heutigen Tag gehen. Orient aus. Aber hallo. Yeah. Peace! Ich hab komme! Ich habe immer wiederuto Fähigkeiten! Tja! Tja! Asyllt! Hanns! Vot! Ma! Tja! Grazie شي!